Meine Haarfarbe ist eine absolute Katastrophe und das muss mein Friseur vor Weihnachten jetzt unbedingt noch retten. Jetzt muss ich jetzt warten. Mein Ziel ist, meine Haare wieder richtig lang werden zu lassen und dafür möchte ich einmal meine Naturhaarfarbe zurück. Ich finde es beim Friseur immer so mega entspannend. Ich meine, da wird einem im Prinzip dauernder Kopf gestreichelt. Ich frage mich manchmal, ob sich Pferde beim Striegeln ähnlich fühlen. Das sind meine kaputten Spitzen, die mussten unbedingt ab. Und hier seht ihr das Ergebnis. Wie gefällt es euch?